Wa qurrabbi zidni ilma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Heute etwas aus der Sunnah des Propheten, was sehr selten praktiziert wird. Wir wissen alle, dass man nach dem Pflichtgebet Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar und so weiter. Wisse, dass es in der Sunnah vier Arten gibt. Vier Arten und versuche diese täglich zu variieren. Mache nicht das Bekannte und das Übliche, was jeder macht. 33 Mal, 33 Mal, 33 Mal und dann einmal La ilaha illallah, wa ahdahu la sharika, la ilaha illallah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, das ist eine Variation. Es gibt noch drei andere. Kommen wir zuerst und zu kürzesten. Und zwar sagst du 10 Mal subhanallah und 10 Mal alhamdulillah und 10 Mal Allahu Akbar. Das ist das Kürzeste, was überliefert wurde. Und wenn du einer bist, der es eilig hat nach dem Gebet oder eilig hat oder einen Termin hat, versuche dieses Sunnah trotzdem zu machen, indem du dann nur 10 Mal verrichtest und nicht die 33 Mal. Also erstens 10 Mal subhanallah, 10 Mal alhamdulillah und 10 Mal Allahu Akbar. Die zweite Art ist 33 Mal subhanallah und 33 Mal alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar. Sodass alles 100 Mal ergibt. 33 Mal subhanallah, 33 Mal alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar. Die vierte Variation, die sehr selten man hört und getan wird, ist 25 Mal subhanallah und 25 Mal alhamdulillah und 25 Mal la ilaha illallah und 25 Mal Allahu Akbar. Also ergibt das auch alles 100. Und dann die bekannte 33 Mal subhanallah und 33 Mal alhamdulillah und 33 Mal Allahu Akbar. Und zuletzt la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahun mulkulah alhamd, wahua ala kulli sha'in qadir. Am Ende noch eine kleine Frage. Was ist besser? Soll man immer das meiste praktizieren oder das wenigste? Oder was ist hier das Beste, was man machen sollte? Hierauf haben die Gelehrten geantwortet. Versuche alles zu machen, denn alles wurde authentisch überliefert. Und es gibt dir eine Art Süße im Gebet und etwas Neues in deinem Gebet oder nach dem Gebet. So verändert sich dein Iman, steigt und du kitzelst dein Iman, wenn du immer wieder mal was Neues in deinen Anbetungen einbaust. Versuche dir diese vier einzuprägen und nach jedem Flüchtgebet etwas zu praktizieren von diesen vier verschiedenen Arten. Hadha wa Allahu alam. Alhamdulillahi rabbil alameen.